Hallo allesamt, hier habe ich gerade ein wunderschönes kurzes Video gefunden von Max Egan, heißt der, der ist Australier und das war ziemlich spannend, der ist gerade so noch von dort weggekommen und jetzt irgendwo in Mittel- oder Südamerika untergekommen, bevor es zu eng wurde dort für ihn und der ist schon seit langem so im Widerstand und dabei, den Menschen ein bisschen Aufklärung zu bringen, die möchten und es ist ganz spannend, weil mich hat das Video deswegen so bewegt, weil ich oft, wenn ich ihn gehört habe, immer das so sehr auf die negativen Berichte ausgerichtet fand und immer so ein bisschen, jetzt nicht angstmachend, aber so ein Gefühl für das, was wir da zu erwarten haben oder das, was da alles passiert und jetzt in diesen fünf Minuten, die ich da von ihm gefunden habe beim Kanal von Inspired, da hat er das auf eine wunderschöne Art aufgeklärt und umgedreht sozusagen und das möchte ich sehr gerne mit euch teilen. Zuvor möchte ich mich noch bedanken bei allen, überhaupt bei allen, die zuhören und bei denen, die da einen Energieausgleich, wie man das so schön sagt, vorgenommen haben, obwohl ich ehrlich gesagt irgendwie das gar nicht so gerne mag, diesen Begriff, wenn ich auch nicht den Eindruck vermitteln möchte, dass man da nichts ausgleicht, wenn man das nicht macht. Also jeder sollte das so handhaben, wie sich das für ihn gut und richtig anfühlt. Und mir geht es immer so, wenn ich Sachen höre, die ich toll finde, dann habe ich irgendwie so auch das Bedürfnis, irgendwas dafür zu geben, aber auch nicht immer. Also ich mache das jetzt nicht aus einem schlechten Gefühl heraus, sondern wenn ich die Zeit habe und die Energie, dann gebe ich einfach einen kleinen Kommentar oder einen Daumen hoch, wenn ich nicht was spenden kann oder möchte. Und das sind alles Dinge, die ganz toll weiterhelfen, selbst so ein kleiner Smiley oder sowas. Und ganz im Besonderen möchte ich mich bedanken bei Kerstin, bei Katrin, bei Monika und noch einmal wieder bei Helga für ihre lieben Gaben über einen Ort, wo ich nicht direkt antworten kann. Und wenn es per Paypal passiert, dann kann ich euch auch eine E-Mail schreiben. Da freue ich mich auch immer sehr, wenn ich mich da persönlich bedanken kann. Aber so auf diesem Wege. Und ich wünsche euch viel Freude bei und mit Max Iggen. Und das Video heißt Die Lösung ist so einfach. Wie ich schon sehr oft gesagt habe, handelt es sich hier um eine auf Emotionen basierende Wirklichkeit. Es ist einfach nur ein emotionaler Spiegel. Diese ganze Wirklichkeit ist ein emotionaler Spiegel. Ich habe einen Film gemacht, der heißt Das Erwachen, und in dem habe ich darüber spekuliert, dass viele dieser altertümlichen Orte, die viele dieser Orte, von denen wir gesagt bekommen, dass das Tempel seien, dass das nicht wirklich Tempel sind, sondern Bücher. Bücher, aus denen ich lernen kann, wie ich die Sprache von Gefühlen und Emotionen sprechen kann. Wenn du in diese Tempel hineingehst, zum Beispiel in Abydos, das ist in Griechenland, dann spürst du das einfach, du kannst das fühlen, was da los ist. Du kannst spüren, dass da etwas ist. Und in Ägypten im Besonderen. Da sieht man, dass viele dieser Tempel dazu erschaffen wurden, eine bestimmte, eine ganz bestimmte Emotion in dir wachzurufen. Und viele dieser Hieroglyphen an den Wänden dort. Für die Uneingeweihten sind das einfach nette Geschichten und nette Bilder. Aber für die Eingeweihten bedeutet das etwas ganz anderes. Denen erzählen diese Zeichnungen darüber, was dieses Gefühl eigentlich ist, was du da gespürt hast beim Reingehen und beim Anschauen. Was diese Emotion war, die du da empfunden hast. Und auch, wie du die nutzen und wie du die aussprechen kannst. Und alles spricht einfach dafür, dass diese Welt eine auf Emotionen basierende Welt ist. Zum Beispiel in den islamischen Lehren. Da steht geschrieben, und es ist ganz wichtig, dass du auf gar keinen Fall in irgendeine Moschee gehst, wenn du irgendeine Art von negativen Emotionen in dir spürst. Denn es ist ja so, egal welche Emotionen du da hast, wenn du da reingehst, diese Moschee und diese Frequenz dort, die vergrößert dieses, also dieses Amplify, also das steigert dieses emotionale Feld um ein Vielfaches. Also es verstärkt es. Und bei Kirchen sieht das ganz genauso aus. Kirchen sind dazu erschaffen worden, um Energiefelder zu verstärken. Und viele Kirchen produzieren aber ziemlich schlechte Energie. Ich bin sogar der Ansicht, dass Kirchen ursprünglich Stromerzeuger, also Kraftwerke waren und nicht wirklich als Kirchen gebaut wurden. Einfach wie Kraftwerke, Powerstations. Also in der Welt Tartariens damals, da war das ziemlich sicher so. Das Ding ist, sie generieren Energie und sie verstärken sie. Das ist durch die Art, wie sie erbaut sind. Und wenn Menschen mit negativen Emotionen dort hinein spazieren, dann wird diese Emotion, diese Energie wird verstärkt. Schau dir mal Kirchen an. Ich meine, ganz ehrlich, normalerweise, also die meisten Menschen laufen mit einer eher negativen Energie da rein. Die laufen da nicht rein, um für eine bessere Welt zu beten. Und wenn sie es tun, dann tun sie es nicht so ganz auf die richtige Art. Denn die Menschen haben die wahre Natur, die wahren Naturgesetze des Gebetes vergessen. Und die Kirchen haben kein Interesse daran und möchten nicht, dass du auf irgendwas von dem hörst, was ich da zum Beispiel sage, sondern dass du alles so machst, wie es in ihrem Buch steht. Aber die Sache ist die, wenn jemand in eine Kirche geht, und wenn Menschen aber in die Kirche gehen, aus Angst, dass sie sonst in die Hölle kommen, wenn sie da nicht hingehen, dann gehen sie aus Angst da rein und aus einem Selbsterhaltungstrepp heraus. Also im Grunde genommen gehen sie aus ganz eigennützigen, selbstsüchtigen Gründen dort rein. Und die sind dann auch noch angstbasiert. Also sie gehen dort hinein, um sich selbst zu schützen. Und dann gehen sie dort hinein und beten für Frieden und sie beten für Liebe. Und das ist ja im Grunde genommen eine negative Affirmation. Denn wenn du für Frieden betest, dann anerkennst du, dass es keinen Frieden gibt in der Welt. Und wenn du für die Liebe betest, dann anerkennst du, dass es keine Liebe in der Welt gibt, dass die Liebe in der Welt fehlt. Und wenn du aus Angst dort reingehst und denkst, dass du sonst zur Hölle fährst, wenn du nicht da reingehst und Gott anbetest, dann ist das auch alles sehr selbstsüchtig. Und es ist also selbstsüchtige Gründe und es ist angstbasiert und du bestätigst, dass es an Liebe und an Frieden in der Welt fehlt. Wenn du mal schaust, wie die Indianer, die Nativen, die ursprünglichen Amerikaner beten, wenn sie für Regen ein Regengebet machen oder einen Regentanz, dann stehen sie alle zusammen in einem Steinkreis und sie versetzen sich selber emotional in diesen Status, als würden sie im heruntergießenden Regen stehen. Sie werden den Regen auf ihrer Haut spüren, sie werden ihn riechen, sie werden ihn schmecken, sie werden ihn hören und sie werden hören, wie er die Wände ihrer Hütten entlang rinnt und sie werden fühlen, wie ihre Füße im Matsch herumpatschen und dann wird es regnen. Im Grunde genommen betest du also nicht für etwas, sondern du bedankst dich dafür, dass dein Gebet schon erhört wurde. Denn wenn die Menschen in eine Kirche laufen und schon wissen, dass sie eins sind mit dem Schöpfer und wenn sie dann hineingehen und sich bedanken und in Dankbarkeit sind für den ganzen Frieden und für die ganze Liebe, die schon in der Welt existieren, dann wird die Kirche diesen Zustand verstärken und sie wird den Zustand nicht nur verstärken, sondern auch spiegeln und zurücksenden, denn die Welt ist ein emotionaler Spiegel. Das ist der Grund, warum sie so sehr versuchen, die Menschen in Angst zu halten. Und ja, wisst ihr, ich bringe ja auch so viel Zeug raus, was viele als negative Information bezeichnen oder was so scheinen mag. Aber was ich versuche, dir zu zeigen, ist, dass es eine sehr große Selbstermächtigung ist, diese Informationen zu haben und dass es sehr wertvoll ist, dieses Wissen zu haben, denn sobald du dir über ein Problem bewusst bist, wird dieses Problem transparent und durchschaubar. und auch die Kur, die Lösung für dieses Problem wird dann sichtbar. Und das Einzige, was du im Grunde genommen zu tun hast, ist aufzuhören, deiner eigenen Versklavung zuzustimmen. Und du kannst anderen den Weg zeigen als führendes Beispiel in deinem eigenen Leben. Und das ist das, was die Dinge verändern wird. Ja, das ist das, was die Dinge verändern wird. Ich denke, da hat Max Egan sehr weise Worte gesprochen und ich sehe das genauso. Wenn wir stillschweigendes hinnehmen und mitmachen, kann sich nicht verändern und es ist dieser schmale Grat zwischen dem Kampfmodus und dieser gesunden Wut und dem gesunden Nein, was wir sagen können. Und wenn wir auf unsere Gefühle und auf unseren emotionalen Zustand gut Acht geben und immer zusehen, dass wir den ins Positive kriegen, dann haben wir gute Chancen, vor allem im Miteinander. eine wunderbare Zukunft zu finden. Und ich meine natürlich nicht, die zu finden, sondern sie zu erschaffen. Und dieses Bild kam mir neulich unter. Das fand ich so schön dazu. Wer die Gegenwart genießt, hat in Zukunft eine wundervolle Vergangenheit. Und in diesem Sinne genießt, die Gegenwart und das Miteinander. Danke.